Die Kauleiste Hallo, ich hätte gerne eine Basslamm Mit oder ohne Druck? Oh ja, mit extra viel Druck Dann hätte ich gerne noch eine Hi-Hat Hart oder weich? Eine frische Darf es sonst noch etwas sein? Ja, ein Sechser-Bass Mit welcher Soße? Sechser-Bass süß-sauer Schrauben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.